Musik Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist so weit. Wir haben einen spannenden Rennpark hinter uns gebracht. Drei Klassen haben gefeiert, die Jugend, die Damen und die allgemeine Klasse. Und wir haben in allen drei Klassen drei würdige Siegerinnen und Sieger. Also Gerald, ich darf dir nur gratulieren. Die Veranstaltung ist gelungen. Das Wetter passt super. Das Wasser, ihr dürft euch nicht schreckt, ich bin auch nicht gekauft. Es ist gar nicht kalt. Ich war froh, dass ich reingekommen bin. Es ist wirklich angenehm, die Abkühlung. Also danke nochmal für die Veranstaltung. Danke, dass ihr gekommen seid. Und jetzt kommen wir zur Siegerehrung, werden wir gratulieren. Also es war nur ein Spaß. Also jeder, es kann nicht jeder gewinnen. Aber nächstes Jahr, sage ich, habt ihr die Chance wieder mit neuen Sautrögen. Also nächstes Jahr fahre ich auch mit den Sautrögen, weil nächstes Jahr haltet ihr mich auch aus. Wir kommen zur Wertung, zur Siegerierung der Jugendklasse. Vielen Dank. Vielen Dank. Einen Applaus für die Sieger in der Jugendwertung. Wir kommen zur Damenwertung. Ganz spannend war es, Herr. Die Walter Perner, unser Milchspiel kennen. Dritter Platz in der Pensionistenwertung. Die allgemeine Klasse. Vielen Dank. Wir sind die Champions. 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 Christian Gruber und Alois Adam. Wir sind die Champions. 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 Der Papa Schlumpf war stolz auf Sie. Zweimal Schlumpf viele. Wir sind die Champions. 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 Wir sind die Champions.